Jo Leute, willkommen zu Star Citizen 2.0. Bye-bye, ist mir weg. Auch mal wieder. Da. Und ja, das sind die ersten Eindrücke von Star Citizen 2.0. Heute released, oder? Klar, aber wie nachher. 28 GB, da kommt einer raus. Ist er das? Ist er das? Ist du das? Nee, kann doch nicht sein. Nein, kann nicht sein, dann ist das nicht. Alles ist einfach gigantisch. Mit F-10, siehst du nicht so nah. Ah, F-10, danke. Äh, was sind das für Bildschirme? Wer ist das? Ghost. Ghost 35, hallo. Mereck, hast du deine Partie bestellt, du hast... Schön, da hat er akzeptiert. Ist auch immer noch wie sie noch mal in den Server. Ghost. Warum hast du jetzt die Bildschirme wieder geändert? In den Zeck. Welche Bildschirme? Ich sehe jetzt die Namen nicht mehr. Das ist, wenn du wieder F-10 würdest. Ach so. Wer ist das? Wild-Wang-1. Alter, die Sounds sind ja richtig bummös. Bist du schon drin? Ja, aber ich hab dich hier bei dem Ding nicht gefunden. Ich versuch's jetzt noch mal. Ja, ich geh mal auf das Landpetto, ich will mir das jetzt unbedingt sehen. Mach das. Wo denn vorher noch irgendein Schiffchen? Was, Schiffchen? Schiff. Schiff? Schiff? Ich geh jetzt mal auf das Landpetto, mal gucken. Oder wie kann ich da ein Schiff holen? Äh, du gehst da in den mittleren Raum mit dem Planeten, der da unten kreist. Aha. Und dann gehst du tragen der Bildschirme und sagst, nee, hier, meins. Aha, meine Gladi. Ich will meine Gladi haben. Ich will meine Gladi. Ich will meine Gladi haben. Use. F. Nee, ich hab den unschönen Verdacht, dass er so wohl ist. Ich will meinen raus. Landpet A01. Jo. Ist ausgeschildert. Ist ausgeschildert. Wie komm ich da jetzt wieder raus? Äh, nochmal F. Ah, dankeschön. Hast du das schon... Zuckst du das schon ne Weile? Ich hab gesagt, das Ding ist halt 8 Stunden raus. Wie lange zuckst denn du schon? Äh, nein. 8 Stunden... Was? Um die 7 oder so, war... Man bin ich wach geworden. Dann sind wirklich was Röntgesse. Und sonst, ne? Hast du so viel morgens? Ja. Dann sind wir noch, ne? Dann haben wir den Termin. Ja, Samstag 8 Uhr. Alter, ich bin zwar noch nicht auf dem Landedeck, aber... Alter, guck mal das Bild an. Das Ding dreht sich sogar. Ich sag ja, dreht sich ja, dreht sich das Ding. Das Ding dreht sich ja, leck mich am Arsch. Wie geil ist das denn? Ah, da hinten ist meine Gladius. Sie wird ja sogar angezeigt, wohin muss. Ja. Ich sag ja... Ich bin ganz dumm. Ich sag mal nichts. Nein, ich komm nicht durch die Tür. Da bin ich falsch. Landepad 10. Ach, ich hab doch 0,1. Ist eh im Endeffekt, egal wo noch raus. Jetzt kannst du eh rüberflattern. Jetzt wird die Luftschleuse geöffnet. Okay. Dann müssen wir interaktieren, vermute ich. Oh, jetzt geht's raus in den Weltraum. Oh, wie geil ist das? Die Animation sind ja einfach bumm. Boah, fantastisch. Die Station ist ja geil. Wo ist mein Schiff? Da oben. Auf einer anderen Ebene. Ich leck mich doch jetzt am Arsch. Nee, oder? Doch. Du kannst einfach rüberfliegen. Einfach vom Rand herunterspringen. Und da ist ein Planetchen. Was ist denn das für ein Schiffchen? Wie kann ich fliegen? Entweder ins Schiff oder halt von den künstlichen Schwerkraft weg. Weißt einfach nur, wo runter springt. Ja, das will ich ja gerade. Journally Entry Edit. Juhuuu. Alter. Wie geil ist das denn? Ja, freut er sich. Oh, geil. Na, guckt euch das an. Ich krieg das ja nicht mal auf dem Bildschirm. Irgendwie wirklich schräg. Wie kann ich mich drehen? Da ist mein Schiff. Kann man hier sterben? Kann man. Aber ich glaub. Die Ding setzt nur so ein, dass du irgendwann bei deinen Füßen tust. So. Jetzt will ich in mein Schiff hin. Ah. Ja. Aua. Ja, meine Füßen sind jetzt gelb. So, dann hoff ich jetzt mal, dass hier irgendwo eine Gladius rumsteht. Auf A01. Auf A01. Jawohl. Bin ich gerade. Bis jetzt auf meinem Server? Ich hoffe. Wird sie gleich zeigen. Da steht ne Ding rum auf jeden Fall. Weiß nicht was. Kann ich die klauen? Ja. Ja. Was ist das? Ne, das sieht leider schlecht aus. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Da red einer rum, wer ist denn das? Wer ist denn das denn? Bleib doch mal stehen, Mensch. Wer willst du? Warum zeigst du mir nicht an? F10? Nein. Ghost. Ghost 035. Nein, leider bist du wieder nicht auf meinem Server. Ja. Ich weiß. Ich hoffe, dass wir demnächst den Ding aufputter erhöhen, dass mehr Leute auf dem Server können. Kann man auch irgendwo sehen, wie viele Leute auf dem Server sind? In der Server-Auswahl, wenn du schon siehst, ne? Ich bin der Kollege, aber... So, jetzt gehen wir mal in die Gladius. Fliegen wir mal ne Runde. Ich will mal den Jump-Drive aktivieren, auf jeden Fall. Äh. Ich will einsteigen, Junge. Boah, da kommt ne Conny angeflogen. Das ist ne Conny. Das ist ne Conny. Das ist noch ne Conny. Das sind ganz viele Connys. Die haben sich auch immer sehr gerne, die Connys. Welche ist denn das? Welche Conny? Die andere. Alter Junge. Alter Schwier. Weißt du noch auf der Gamescom vor... Letztes hier? Mhm. Wo sie angefangen haben, die rumzufliegen. Mhm. Wie komme ich in mein Schiff? Ich komme nicht in mein Schiff. Ist ziemlich verantwortlich. Ah, doch. Ich komme in mein Schiff. Wo sie dann angefangen haben, mit dem Zeug rumzufliegen. Und jetzt kann man sie selber fliegen. Ja. Ja. Alter, das sieht so realistisch aus. Ich muss echt mehr... Ich spiele jetzt... Ich glaube, ich suchte das Spiel jetzt öfters. Ich bin wieder rein. Der nächste Busser. Fuck. Starte. Oh. Oh. Fuck. Oh. Alter Schwierter. So, wie aktiviere ich jetzt den Jump Drive? B. Wie? Wohin fliege ich denn eigentlich? Die Frage. Du kannst den Schwur geradeaus machen. Du kannst einen der Dinge da anpeilen. Ah. Come away. Oh. Blicken wir mal dahin, ne? Ja. Wie wähle ich den aus? Mausritte eindrücken. Geht nicht. Weindrücken rüberhobbern und dann Mausritte. Mausritte? Ah. Mausritte reinrücken. Ja, hab's gemerkt. Und? Alter. Uuhuhu. Uuhuhu. Ah, wie ein kleines Kind. Alter. Sie muss doch. Geiler Scheiß. Dann kommen da jetzt auch Gegner? Mal, ne? Wenn sie dich nicht mehr... Oh, wie bei denen die Kinder sind? Ja, da sind Gegner. Ich will weg. Ich kann nicht kämpfen. Ich kann doch nicht. Da komm ich hier weg. Nur wollen. Nein, nicht weg. Ich will noch andere. Sie werden sich auch gut. Sie werden sich auch gut. Ach ja. 4 Putzen. Geht bei dir schon mal raus. Wenn er crasht. Was bei dem Spiel ja auch kaum so möglich ist zu crashen. D87. Jetzt bin ich im Asteroidenfeld. Boah. Ja, dann schnappt ihr ne Tali und ne? Kommt zurück. Tali? Retaliator? Ja. Von wegen. Was kannst du... Also, gibt's denn Schiffe? Da sind manchmal verfarbte Lorne die anderen Schiffe drin. Echt? Und die kannst du dann klauen? Die können die dann? Ja, zumindest lange bist du fest, ne? Also kannst du nicht dauerhaft behalten. Nee, nee. Och, das ist ja schade. Ja gut. Noch nicht. Später kannst du es bestimmt behalten. B0. 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 Genau so. Na dann fliegen wir mal da hin und gucken uns mal dieses Ding an. Das will ich noch. Ich fäh, jetzt will ich die auch raz тому testen. Ich muss nur geheil in die Station reinschaffen. Ein Kollege von Black Forest, Fighters, ist auch auf meinem Server anscheinend. Der hat mir den Platz weggestammt. Geiler. Du kannst ja zoomen. Und wie komme ich auf die Station? Muss ich da jetzt echt landen? Ja, sicher. Ich kann doch nicht landen. Du musst es lernen. Also vor allem, du bist ja voll langsam hier. Mit V in das ist übrigens die Fly-Bogen. Ah, da gebe ich ja mal Gas. Scheiße, mach langsam. Leck mich, nein. Alter, der hat ja Vollspeed gegeben jetzt. Ja. Wie vor 300? Hast du den getroffen? Ja, ja, ich habe die Station getroffen. Ja, wenn du da runter schaltest, nehmen wir die Modus-Grenze nur genau am, da beim Entschleudigen gehst. Alter, ich gebe immer noch Vollgas. Wie komme ich da jetzt wieder weg? Auch unter. Aber halt dabei in der S gedrückt halten. S? Was ist S? Ja, aua. Ich komme nicht mal an die Station ran. Ah, da ist sie. Warte mal, ich muss den Modus ändern, das ist ja furchtbar. Nein, nein, nicht schon wieder. Du musst hier die Lande-Plattform. Bremsen. Ich will das noch kurz anzocken, dann muss ich eh gehen. Landen, 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 landen. Ich steig aus. Ich steig nicht aus. Oh. Ich stehe auf dem Kopf. Ich habe auf dem Kopf gelandet. Geht das? Nein, geht anscheinend nicht. F? Ich stehe auf dem Kopf. So, jetzt. Oh Gott. Also mein Landeskirchen noch für den Arsch. Da ist eine P3. Runter. Habe man auf zu taumeln. Jetzt kommen natürlich Schiffe. Erleckt mich doch. Kann ich aussteigen? Ja. Ich habe jetzt zwar mein Schiff verloren, aber ich bin raus. Das ist mir egal. Oder? Habe ich mein Leben verloren? Kann auch möglich sein. Ja, ich bin tot. Ach, scheiße. Jetzt bin ich schon wieder auf der Station, oder was? Kann ich nicht irgendwie anders zu der anderen Station reisen? Oh, nein. Ich bin schon wieder auf der Station, oder was? Ich bin schon wieder auf der Station. Boah. Aber gut, das sehen wir bei der nächsten Aufnahme dann das FPS-Modul, wenn ich dann nach hinten kriege, wie ich lande. Und deswegen würde ich jetzt die Aufnahme hier auch beenden, dass ich es noch ändern kann und hochladen kann, vielleicht. Was haben wir denn? Mustang Alpha, Gladius. Machen wir meine Aurora, die ist vielleicht ein bisschen einfacher zu fliegen. Boah. A9, A10, ich finde, dahin muss ich, ich muss irgendwie hoch. A1 bis 4, das ist ja echt für Idioten ausgeschrieben. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Wie früh haben wir denn? F1, ich weiß nicht. 32, das passt. Hab noch eine Viertelstunde. Na dann. Ich würde echt gehen auf das FPS-Modul sehen, eigentlich. 1 bis 2, 3 bis 4, hier rum muss ich. Da steht meine Länge irgendwo. Überall abgekauft wird, verkauft wird. Oder auch nicht. Rum steht mein Schiff nicht hier. Weil es bei A2 steht. Ja, allerdings. Da rum muss ich. Da ist er doch. Juhu. Ich will auf jeden Fall mit Andis Conny noch fliegen. Das ist bestimmt geil mit einer Conny rumzuheizen. Mit voller Besatzung. Ich habe vorhin schon einen Turret gesetzt. Kannst du auch Random irgendwo mitfliegen? Ja. Ah, okay. Probierst du immer noch auf meinen Server zu kommen, oder zockst du selber? Ich sag mal, es war halt. Enjoy the ride. Praktisch habe ich mich gerade im Debug-Mirwahrer rumgetreten. Oh, jetzt geht's los. Enjoy the ride. System check. Lande hier. Rate. Stand by. Scanning. Radar-Content. So, jetzt, wo ist das Security-Port? Hier hin will ich. Das wird doch möglich sein. Wenn nicht bleibe ich mit der Aurora einfach stehen und steige aus. Bis. Ah, du aktivierst auch deine Waffen erst. Quantum Drive ist jetzt off. Quantum Drive ist jetzt off. Sexy Stimmen macht's ja. und jetzt geht's los. So, jetzt langsam ranfliegen. Wie lande ich eigentlich mit V? Ne, mit M. Mit Tab, äh, nicht Tab. Eigentlich mit N den Landing-Mau-Tockeln und dann kannst du mit M-Auto piloten anmachen. Was? N drücken, mit mittlerer Maustaste drücken, hier ein iPad aussehen und dann M drücken, um den Autoriloten übernehmen zu lassen. M, wo ist ja M? Ja, ich habe M, aber ich habe keine Landeplattform. Achso. Muss ich dann nah genug dran sein? Nein, nicht, wir haben unsere Sonne range. Ja, da ist er! Und dann? Ach, scheiße. Ne, mittlerer Maustaste, also mit Maustart rein, damit ein paar auswählen, unternehmen. Habe ich. Ich stehe auf den Kopf. Da will ich landen, ich will landen, Mensch. Warum kann ich das nicht? Ich weiß nicht, warum du das nicht kamst. Nein, ich bin zu schnell. Nein, 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 stoppen. Ich bin schon wieder, viel zu schnell. Alter, das Spiel fickt mich schon. Ach, da ist die Landeplattform. Jetzt M, äh, Maustart. Oder so. M, Maustart, M, O, 4. Da steht aber schon Schiff drauf. Das ist schlecht. Und ich werde beschossen. Das ist auch schlecht. Und kann ich keine andere Landeplattform auswählen? Wenn nur eine ist. Ja, eins ist frei, aber da kommt keiner. Das kann der auch, aber ich kann sie nicht auswählen. Dann musst du dann mal nur eine landen. Oh, super. Und wie kann ich, wie komme ich runter? F. F und R. F und R. Ja, ich bin unten. Juhu, ich bin unten. Komplett, landing, Komplett. Scheiße, jetzt F. Ich will hier weg. Wie komme ich, wie schalte ich aus? Steuerung F. Alter. Was sind das für Tastenkombinationen? Leckt mich doch. Du, ich habe nicht umsonst meinen Zeitbildschirm komplett belegt. Einfach nur mit den Kiefer einlegt. Das ist doch Behinderung F. Alter, wie behindert kann man das machen? So. Jetzt bin ich endlich auf der Station. Mach die Tür auf, sonst kriegen wir gleich einen Anfall hier. Ach so, das ist ein Anfall. Die Tür ist noch zu und ich lauf durch. Hm? Herbert. Oder du bist tot. Nein, ich bin nicht tot. So, jetzt würde ich das Ding ganz schnell antesten und dann geht's zum Essen. Hopp, 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 hopp. Dann müssen wir auch wieder durch einen Airlock durch. Das nervt ein bisschen, so die Airlocks. Das könnte ein bisschen zügiger gehen. Ja. So, und jetzt? Ich will mal kurz mein Bildschirm geschickt. Ich will kämpfen. Wo kann ich hier kämpfen? Hier? Bin ich hier richtig? Wendingpad? Wo kann ich kämpfen? Wo kann ich kämpfen? Überall. Du solltest da irgendwo etwas an Gewehren finden. Pistola-Pistola-Pistola? Ja, wie hole ich die? Eins oder zwei. Tatsache. Musik, ich hab Schicksack. Das ist ein Blaschen, das ist übersprasht. Achja. Also du kannst auf der ganzen Station kämpfen oder wie? Du kannst grundsätzlich überall, was nicht von Bordalisaar ist, dein Ding machen. Da gibt's da so ein Rescue Pack gibt's hier auch. Du kannst auch im Weltraum rumfliegen und nenn deinem Leder bis wir in den Rumballern. Ja, aber ich habe gemeint das FPS-Shooter-Map. Arena Squad 42. Nee, du meinst Star Marine. Star Marine, ja. Das kannst du noch nicht machen. Das ist noch nicht offiziell draußen einfach. Ach so. Da gibt es Munition. Ach so. Oh, da sind Waffen. Waffen, gib mir Waffe. Ich will Waffen. Oh, Futo hat Waffe. Geil. Alter, wie geil ist das denn? Das nenne ich mal animiert und richtig geil gemacht. Da kann jedes Spiel abstinken bei den Dingern. Das ist geil. Ja, Leute, jetzt haben wir das auch noch gesehen. Nächstes Mal gibt es mehr, dann ist bestimmt Mirrica auf dem gleichen Server, dann können wir noch gegeneinander fighten. Das ist bestimmt lustig. Und bis dahin sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und tschau. Hier sehen wir uns dann快քers. Tschau. 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 Tschau.